Hallo und herzlich willkommen beim Flashmob-Tanz der Tanzstudie für Sie 2010. Wir werden 25 Jahre alt und so geht das Ganze. Wir beginnen rechter Fuß rückwärts, gehen nach hinten, nehmen die Arme hoch. Wir haben 1, 2, 3, 4. Machen wir einen Tap. Jetzt geht es nach vorne, wir wischen die Arme. 1, 2, 3, 4. Wir gehen mit dem rechten Fuß nach rechts. Die Arme sehen folgendermaßen aus. 1, 2, 3, 4. Das Ganze machen wir nach links und dann sieht es 1, 2, 3, 4 aus. Jetzt haben wir den rechten Fuß frei, tanzen einen Wiegeschritt und einen Cha-Cha-Cha. Wiegen, Cha-Cha-Cha. Wiegen, Cha-Cha-Cha. In beide Richtungen. Rechter Fuß ist wieder frei, wir tanzen eine Drehung, einen Spot-Turn über 1, 2, Seit, Schließe. Rechter Fuß ist schon wieder frei. Rechter Fuß wird vorne mit der Hacke aufgesetzt, hinten mit der Fußspitze. Zur Seite mit der Fußspitze. Wir ziehen das Knie hoch, klatschen in die Hände. Und das Ganze ist fertig und es geht von vorne los. Einmal ohne Unterbrechung zeigen wir das Ganze nochmal. Es geht los. Wir haben 1, 2, 3, 4. Vor, 2, 3, 4. Nach rechts, 2, 3, 4. Nach links, 2, 3, 4. Wiegen, Cha-Cha-Cha. Wiegen, Cha-Cha-Cha. Umdrehen, Seite zu. Vorne, hinten, Seite. Wiegen, Cha-Cha-Cha. Wém, Cha-Cha. Wém, Cha-Cha. Rock, 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 Let's go! Dude, we're gonna dance, no! Rock, good boy, Inder to everybody! Hey, we're gonna dance, don't stop moving your body! Rock, good boy, Inder to everybody! Hey, we're gonna dance, no! Bundo da chamo moobo, wenn's ich wie auf mein Netz hjempo. Ben ich wie so schön, wenn ich so wie so. Das war's für heute. Du durm... Du Durm... Du durm... So, das war unser Flashwalk und ihr müsst ihn ganz dringend lernen! Und dann müsst ihr kommen am Samstag den 21. August um 11.30 Uhr im Fußgängerzone und dann tanzt ihr mit uns. Viel Spaß!